Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 4. September 2017, die Geek Talk Daily, 195. Martin Rechsteiner, der Pogipsi, ist wieder zurück. Noch nicht ganz fit, aber schon langsam immer stärker auf der besseren Seite. Ich habe euch die folgenden Themen mitgebracht. Einige davon werdet ihr sicherlich noch von der IFA her kennen. Aber gehen wir doch mal kurz durch. Bragi Herzschrittmacher, Onkyo Ethics Software, HDR10 Plus, Dolby Vision, The Walking Dead, Kirin 970, Cortana AirPods und Speedtest. Aber beginnen wir ganz vorne. Die Bragi, das war ja früher mal so ein Kickstarter-Projekt, das, da man begonnen hat und ziemlich fulminant gestartet hat, hat dann in den ersten beiden Versionen nicht wirklich so überzeugt. Jetzt aber geht man eine Kooperation mit Alexa ein. Kooperation mit Alexa und diesem Google-Dienst, der aktuell so rumschwirrt, ist eh ganz ein grosses Thema auf der IFA gewesen. Das ist nicht das letzte Produkt, das ihr heute in der Daily gehört habt. Wer ein Bragi-Teil hat, sollte sich das mal ein bisschen durchlesen. Bei uns auf daily.geektalk.ca findet ihr den Link und die ganze News dazu. Dann in den Staaten oder besser gesagt weltweit, aber vor allem in den Staaten, wurde von der Firma Abbott ein Herzschrittmacher zurückgerufen. Denn die Dinger sind hackbar. Die haben eine kleine Sicherheitslücke, was heisst eine kleine, eine heftigere Sicherheitslücke, mit denen per Funk die Batterie geleert werden kann oder das Tempo des Schrittmachers verändern werden kann. Beides ziemlich, ja, ungesund für denjenigen, der den verbaut hat. Das meiste oder den grössten Anteil davon wurden in den Staaten verbaut, aber auch, zumindest der in der Schweiz, der Anteil ist nicht bekannt. In Deutschland seien es 13.000 Patienten, die betroffen sind. Somit, wer so einen, ja, einen harten Scherzschrittmacher drin hat von der Firma Abbott oder jemanden kennt, der so einen drin hat, der sollte mal Kontakt zum Hersteller aufnehmen oder dem Arzt des Vertrauens. Mein Gott, das wollte ich schon immer mal in der Daily sagen. Onkyo, wenn ich das richtig ausspreche, ist einer von zahlreichen Lautsprecherherstellern, die unter anderem eben Amazon Alexa und oder Google Assistant, ja, Kooperation eingegangen sind und das genau gleiche eben, genau das ist passiert mit den beiden neuen Lautsprecher von denen, denn die haben diese beiden, die die Möglichkeit, die beiden Sprachassistenten zu nutzen. Ja, in Zukunft müsst ihr euch bei der Wahl eures Lautsprecher gut umschauen, dass ihr nicht irgendwelche Sprachassistenten noch zusätzlich mit euch ins Wohnzimmer mit reinholt. Dann das Thema autonome Fahren, das ist immer wieder diskussionswert. Für mich sehr, sehr begrüßenswert, denn dadurch werden die Unfallraten deutlich steigern, denn laut Umfragen oder besser gesagt laut Statistiken sind in bis zu, ich glaube, es waren 94% der Unfälle, die Menschen schuld daran. Und deshalb ist die Frage, ob man überhaupt eine Ethiksoftware für solche Fahrzeuge braucht, sichtlich nicht ganz eine falsche. Die Neue Zürcher Zeitung hat gestern am Sonntag so einen Kommentar rausgehauen, den müsst ihr euch mal durchlesen, wenn euch das Ganze interessiert. Sehr interessante Ansätze, wie ich finde. Gehen wir zurück zu etwas mit Ton und das wäre Samsung. Denn an der IFA, ich war am Mittwochabend da mit dabei, haben sie vorgestellt, dass HDR10 Plus ein offener Standard werden soll, sprich, ja, natürlich direkte Konkurrenz zu Dolby Vision werden soll. Dolby Vision, unter anderem Warner, setzt darauf, die haben verlauten lassen, warner, dass sie noch dem Dolby Vision treu bleiben werden, aber sich das Ganze offen halten werden und HDR10 Plus sich auch ein bisschen genauer anschauen werden. Samsung konnte einige interessante Partner gewinnen für ihr System, das wären Amazon, das wären Panasonic und 20th Century Fox. Ja, der nächste Krieg im Filme- und Kino-Geschäft steht an. Mal schauen, wer da gewinnt. Auch aus Serie oder besser im Fernsehen und so weiter bekannt ist euch sicherlich The Walking Dead. Eine geniale Zombieserie, auf deren nächsten Staffel ich mich schon sehr freue. Die gibt es nächstens für iOS und Android als ein Spiel, und zwar nicht ein normales Spiel, wie man es so kennt, mit Pixeln, sondern mit, ja, auch schon Pixel, aber im Bereich Augment Reality. Das heißt, euch werden dann plötzlich beim Warten auf den Zug oder das Tram, ja, so Zombies um den Ecken kommen und ihr dürft die dann ballern. Ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel und ich freue mich, Leute zu beobachten, die das spielen. Und noch mehr freue ich mich darauf, Leute zu beobachten, die Leute beobachten, die das Spiel spielen. Das wird sicherlich lustig. Es wurde schon vieles, vieles gemunkelt um das iPhone. 12. September wird es ja soweit sein, nur noch wenige Tage, und es ist soweit, wir wissen mehr. Eines der Dinge ist auch, dass Apple im Bereich künstlicher Intelligenz einiges machen möchte und wird. Und da das Ganze auch ein bisschen in den Chip verbaut spricht, dass das Ganze schneller funktioniert. Huawei hat sich dieses Mal einen anderen Plan ausgedacht. Statt wie sonst die Mate-Reihe auf dem IFA vorzustellen, hat man jetzt nur einen Teil davon vorgestellt. Und das ist nämlich der Kirin 970. Kirin ist die eigene CPU, die sie da basteln. Und die Vorgängerversion, die 690, ist ja im P10 sowie im Mate 9 verbaut. Und eben der kommende 970er kommt dann ins Mate 10. Das wird ja irgendwann Mitte Oktober vorgestellt. Wir dürfen alle gespannt sein, was da alles so kommt. Zumindest eben einige Details um den Sockel wurden bekannt. Das Teil ist deutlich schneller als ein Snapdragon 835. Also so mit Samsung und ähnliche Geräte, die den verbaut haben, sollte es schlagen. Es sollte auch den Apple 10 schlagen. Im kommenden iPhone wird ja dann Apple 11 drin sein. Mein Gott, reden ist manchmal schwer. Auf jeden Fall geht es darum, dass ein gewisser Prozentsatz von der künstlichen Intelligenz direkt über den CPU abgewickelt wird. Das ist sehr, sehr vereinfacht gesagt. Das Ganze darf dann 25 Mal schneller durch die CPU gejagt werden und auch deutlich weniger Energie brauchen. Wie das das Ganze dann natürlich ausschaut, wenn es dann mal läuft, ist das Ganze anders. Sprich, das werden wir dann sehen, wenn das Gerät auf dem Markt ist und unter die ersten Testgeräte unterwegs sind. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was da Huawei zeigen wird. Es ist jetzt schon ziemlich genau ein Jahr her, seit die AirPods auf dem Markt sind. Seit der EVA diesen Jahres habe ich ja auch, ich habe es auf Instagram gepostet, ein wasserdichtes Gehäuse für die Transportbox dieser AirPods. Das heisst, ich muss mir diese auch kaufen. Mittlerweile ist das Ganze auch gesunken, zumindest hier in der Schweiz. Nur noch zwei bis drei Wochen Lieferzeit. Ich bin sehr in Versuchung, da zuzugreifen, werde jetzt aber doch die knapp zwei Wochen noch warten, bis die Keynote durch ist. Ich glaube zwar nicht, dass eine neue Generation kommen wird, aber es wäre ja ziemlich doof, würde ich sie jetzt kaufen und zwei Wochen später käme die neue Generation. In diesem Sinne, ich warte mal ab und bin gespannt. Und dann zu guter Letzt habe ich noch ein kleines Video für euch. Wie immer, wenn neue Geräte da sind, werden neue und alte Hardware verglichen. In diesem Fall gibt es einen Speedtest in einem Video von einem iPhone 7 Plus, also ein jahraltes Device, gegen das ganz neue Galaxy Note 8 von Samsung. und die beiden haben so, ja, wenn man die einzelnen Daten anschaut, 3 Giga RAM versus 6 Giga RAM etc. Man weiss ja, dass das nicht viel ausmacht. Wie es genau ausgeht, das dürft ihr euch auf tele.geektalk.ch am besten gleich selber mal anschauen. Und ja, wer da wohl gewinnen mag. In diesem Sinne, ich freue mich, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, ich halte es die ganze Woche durch. Und ja, nach und nach komme ich wieder zurück. Schaut auch mal rüber in den Feed vom Geek Talk. Da wird nächstens auch eine neue Folge aufschlagen und dann auch wieder regelmässig Content darüber. In diesem Sinne, ja, euch einen wunderschönen und vor allem erfolgreichen Tag. Bleibt gesund, macht mir nichts Dummes. Und ja, bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.